Norddeutscher Rundfunk 2021 Und jetzt werde ich mir etwas ganz Besonderes bauen. Das BLT. Das bombastische Laserteil. Wow, wirklich eindrucksvoll. Wenn es zusammengesetzt ist, werde ich mit diesem mickrigen Planeten die Zerstörung des halben Universums beginnen. Ich werde ihn für immer ausradieren und somit die grenzenlose Macht des Bausteins beweisen. Oh, also das ist mir jetzt schon ein bisschen peinlich. Es ist wohl noch nicht ganz zusammengebaut. Naja, sollte nur eine Minute dauern. Was macht ihr denn heute noch so? Überraschung! Ich schnappe die Portal-Ferbedienung. Gib mir Deckung! Baustein! Hüpf-Manöver! Schuss-Ausweich-Manöver! Und... Ich bin getroffen! Nein! Oh, das ist die billigste Fernbedienung überhaupt! Wem sagst du das? Oh! Die Guardians of the Galaxy sind wieder im Spiel! Ha-ha! Oops! Uh-oh! Ah! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Oh, yeah! Nette Reichweite, Groot! Zu spät, ihr Narren! Das BLT ist fast vollendet. Genau wie mein überaus hochkomplexer und hinterhältiger Plan. Ah! 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 Rocket! Zeit den Baustein zu benutzen! Ja, ich bin dran! Ich bin dran! Ich bin Groot! Ich bin Groot! Ich bin Groot! Ich bin Groot! Ja, ich bin mir der Lage durchaus bewusst, Groot! Ich... Ah! Ich... Lass mich durch! Ich bin aus! Lass hier nehm ich mal mit! Komm schon! Komm schon! Hey her! Oh mein Gott! Und ich bin Иgge! Und ich bekomme den Dahlen! Nein! Hä?! Hä?! Ernst du pumpst loopst in Dios! Oh Gott! Sag deinem Planetenlebewohl, Star Lord! Und... Sadding! Das BLT gehört mir Yeah, genau so habe ich mir das vorgestellt Ah, das ist das Problem, die Beschlüftung lebt verkehrt rum Rocket, jag sie ins Portal Nun, viel schlechter hätte unser Plan nicht laufen können Ich nehme alles zurück Lauf weg! Lauf weg! Ich knag euch beide des Versagens an Ein weiterer erfolgreich verlaufender Star-Lord-Plan Her mit diesem unglückbringenden Teil Und was machen wir hiermit? Was ich geplant habe Wir geben ihn, ihm Danke dir, mein pelziger Freund Ich werde ihn nach Asgard bringen, um für seine Sicherheit zu sorgen Oh nein! Erbischt Ha ha ha! Oh! Mann, ich wollte doch damit eine richtig große Waffe bauen Meinst du etwa eine größere als die da? Na das nenne ich mal ein bombastisches Laserteil Ja! Das ist cool, oder? Unser Naga-Team-Mitglied will einfach immer eine große Waffe bauen Ja! Das gefällt mir an dir Das ist mal ein Wort, du Kampfmaschine Leute, fliegen wir zu meinem Lieblingsimbiss gleich um die Ecke Irgendwie habe ich so richtig Kohldampf auf ein BLT Ich bin gut! Das ist ein Imbiss Ein Ort, an dem sie Sandwiches machen Moment, ein BLT kann man essen? Ich dachte, das ist ein bombastisches Laserteil Das ist der B really? Wir sehen uns beim nächsten Mal.